Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe endlich mal wieder Diablo gestartet. Sehr, sehr witzig. Ich habe erstmal natürlich im Clan alle möglichen Leute angenommen, deswegen sehr cool, die gerade angefragt haben. Ich habe euch alle angenommen. Wir haben noch ein bisschen Platz, so um die 30 Leute können noch rein. Das heißt, wenn ihr noch einen Clan sucht für Diablo 4 in Season 4, dann auf jeden Fall noch den Clan abchecken. Der Name steht da oben, aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es darum, was ihr vorbereiten könnt für Season 4, weil da gibt es ein paar Dinge, die auf jeden Fall noch wichtig sind. Und es gibt auch ein, zwei, drei neue Informationen, die ich so noch nicht mit euch geteilt habe, die ich selber auch spannend fand. Also das allererste, was wir auf jeden Fall mal überblicken müssen und ich auch. Ich wusste das nämlich auch nicht, habe lange nicht mehr in das Spiel reingeguckt, ist, wie weit seid ihr in der Saisonreise? Habt ihr hier schon alles abgeholt und habt ihr die Saisonreise schon durch? Weil wenn ihr den Battle Pass haben solltet, so wie ich auch, den hatte man ja geschenkt bekommen, wenn man diese Ultimate Special Edition hatte, dann müsst ihr hier den auf jeden Fall einmal durchspielen, damit ihr hier nichts verpasst. Das sind natürlich alles nur Skins, aber wer von euch die Skins haben will, nicht dass ihr euch später noch ärgert, zielt einmal hier den Battle Pass durch und holt euch hier alles ab. Deswegen checkt auf jeden Fall, bevor Season 4 startet, das Ganze nochmal ab, falls ihr ein paar Tage hier nicht mehr reingeguckt habt, ob ihr in Season 3 alles abgeholt habt. Das gleiche gilt auch hier für die Saisonreise. Hier habe ich zum Beispiel auch noch eine Sache nicht eingesammelt. Das werde ich jetzt direkt mal mit euch zusammen machen. Und dann gibt es noch hier hinten, wer das haben will, den Zerstörer. Und hier dann auch nochmal Zeug. Was ist das hier? Ein Malpha-Abbelt-Emblem. Okay, ich überlege gerade, das will ich eigentlich haben. Naja, macht das auf jeden Fall, bevor Season 4 startet. Ihr habt noch gut 10 Tage Zeit, bevor Season 4 startet. Deswegen ganz wichtig, dass ihr es jetzt noch macht. Ich bin schon so hyped auf Season 4, dass ich sogar schon Builds gebaut habe für Season 4. Magier, Druid natürlich. Wenn ihr dazu schon was sehen wollt, bevor ich was actually zeigen kann, außer natürlich die Builds auf D4-Bilds, dann schreibst du gerne in die Kommentare, ob ich da sowas interessieren würde, schon vor Season 4. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von, schon darüber zu reden, obwohl die Season noch gar nicht da ist. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibst du gerne mal in die Kommentare. Zwei Dinge, die sind neu. Einmal gibt es ja saisonale Sägen. Und natürlich gibt es auch für Season 4 wieder neue saisonale Sägen. Und die sind ganz spannend, weil da ist eine Sache bei dir, die finde ich zumindest ganz spannend. Und zwar Boost Paragon Glyphenerfahrung, die man in Nightmare Dungeons bekommt. Da steht jetzt leider keine Prozentzahl bei. Aber wenn wir uns hier die Prozentzahlen mal so angucken, sind das immer so 40, 50 Prozent. Bedeutet, die Nightmare Dungeon Erfahrung, die man für die Glyphen bekommt, könnte 40 oder 50 Prozent geboostet werden. Plus den 25 Prozent Boost, den wir mit Season 4 noch reinbekommen. Für mich auch eine ganz wichtige Sache, weil man jetzt so schnell auf Level 100 kommt. Ich hatte zumindest auch in Season 3 schon das Problem, dass ich schon Level 100 war, aber meine Glyphen waren nichtmals ansatzweise auf Level 15, geschweige denn auf Level 21. Deswegen auf jeden Fall sehr gut, dass Nightmare Dungeons jetzt extrem viel mehr Erfahrung geben für Glyphen, um die Glyphen schnell hochzuleveln. Weil ich glaube, mit der Grube und den ganzen anderen Aktivitäten hat man nicht mehr so viel Lust auf die Nightmare Dungeons. Dann gibt es noch einen Boost zu dem Battle Pass bei den Iron Wolves. Das ist die Season Journey, die wir bekommen. Da will ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Es gibt ja diesen Battle Pass von den Iron Wolves und dafür können wir dann einfach mehr Erfahrung sammeln. Nicht ganz so spannend. Das nächste wird dann doch schon wieder spannender, weil ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass die Obolusse größer werden. Also die Obolusse, die man tragen kann und auch viel mehr Quellen von Obolussen. Und es ist so, dass sogar in der Höllenflut, in den Truhen, Obolusse sein werden. Und mit dem letzten Sägen kann man diese auch nochmal erhöhen. Wahrscheinlich dann wieder 40 oder 50% mehr Obolusse aus den Truhen aus der Höllenflut. Also Loot Reborn müsste man eigentlich Obolusse Reborn nennen, weil wir in Season 4 unfassbar viele Obolusse haben werden. Der maximale Cap ist ja auf 2500 angestiegen, aber trotzdem, wir werden so schnell wieder auf 2500 sein. Ihr werdet andauernd zum Kuriositätenhändler laufen können und die Obolusse ausgeben können. Kleiner Recap, was ich schon erzählt hatte. Der kann geboostete Items geben, bedeutet die Shinies mit den 150% Boost und alle Items, die ihr hier holt, sind auf 925 Gegenstands macht. Das bedeutet, der Kuriositätenhändler auf Level 100 sehr, sehr wichtig, unterschätzt das auf gar keinen Fall. Außerdem haben wir schon die ein oder andere Info, was für Aufgaben im Battle Pass auf uns erwarten. Zum Beispiel das Kaufen von 3 Keys. Das heißt, das allererste, was ich in der neuen Season machen werde, ist 3 Keys hier kaufen, um dann direkt in dem Season Pass Chapter 2 das fertig zu haben. Könnt ihr ja hier das Bild, ich blende das mal ein, euch schon mal angucken, euch schon mal ein bisschen vorbereiten, was ihr machen wollt und könnt. Und ich werde da nochmal ein Video zu machen, was ich als allererstes in Season 4 machen werde. Ich sage nur Höllenflut. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr schon einen Plan habt, was ihr in Season 4 als allererstes machen werdet. Ist die Season Journey, ist die neue Höllenflut, sammelt ihr direkt Bossmaterialien. Was macht ihr in Season 4, wenn es dann rauskommt. Und noch eine Sache, weil ich sie bisher noch nicht gezeigt habe. Hier einmal der Screen von dem Battle Pass. Da seht ihr zwei Pferde. Ich bin nicht so der Cosmetics Typ, aber wenn ihr auf Cosmetics steht, das glänzende Pferd sieht schon sehr, sehr gut aus. Und als allerletzte Information, die meisten von euch werden das schon wissen, aber ich wiederhole das trotzdem nochmal. Die Plätze, die ihr seht, sind ja aktuell 12 Stück. Wir kriegen keinen neuen Platz mit dazu. Mit der nächsten Season. Zumindest wurde davon kein Wort gesagt. Bedeutet, wenn ihr hier 12 Leute habt, dann werden die alle im Eternal sein. Wenn ihr dann einen neuen Charakter starten wollt, müsst ihr einen hier löschen. Bedeutet, achtet darauf, dass ihr vor Season 4 Start am Dienstag um 19 Uhr hier mindestens einen Platz frei habt, um dann nicht vorher noch aussortieren zu müssen, sondern direkt in Season 4 rein starten zu können. Ich glaube, man merkt, ich habe übel Bock auf Season 4. Es wird da extrem abgeben. Ich werde euch die nächsten Tage noch das ein oder andere Video zu Season 4 geben, um euch ein bisschen anzuheizen. Ich habe auch extrem Bock. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr nichts zu Season 4 verpassen wollt, nichts zu Diablo. Und ich würde mich natürlich über ein Like auf dem Video freuen. Sag bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.